Hallo und herzlich willkommen beim Brickklempner. Hier geht es um Klemmbausteinsets der verschiedensten Hersteller. Ich bin der Mario. Ja, und heute auch am Samstagmorgen, der sehr verschneit ist im Landkreis Kassel, tatsächlich immer noch gelernter Klempner. Heute geht es um mein Set von Super 18k. Ich habe es geschafft. Wenn ihr euch das Video am Freitag angeschaut habt, ich war ein bisschen unsicher, ob ich es denn tatsächlich bis heute Morgen bzw. jetzt bis zum Sonntag schaffe und es ist gelungen. Ich hatte echt eine arbeitsreiche Woche. Gerade die letzten zwei Tage waren, was die Zeit angeht, echt anstrengend. Ich bin noch nicht mal dazu gekommen, ordentlich bei Facebook reinzuschauen, zumindest bei der Facebook-Gruppe Stein auf Stein zum Ziel. Da gucke ich gern hin. Da gibt es immer tolle Beiträge und ich konnte mich damit gar nicht beschäftigen. Ich werde das heute schönen Gruß an die Gruppe nochmal nachholen. Und wenn ihr noch nicht bei Facebook seid, jetzt habe ich eine schöne Überleitung gefunden. Man könnte meinen, das war Absicht. Aber es war wirklich so. Ich hatte echt wenig Zeit. Also wenn ihr bei Facebook seid, Interesse an Klemmbausteinen habt, dann lade ich euch ein. Schaut doch mal bei der Facebook-Gruppe Stein auf Stein zum Ziel vorbei. Da gibt es tolle Beiträge, Mocker, immer auch ein paar neue News. Die Gruppe lebt einfach davon, dass die Gruppenmitglieder uns hier, mich zumindest mal regelmäßig mit Beiträgen versorgen. Und ich habe da echt großen Spaß. Ich bin ja seit einer Weile, ich glaube jetzt in sechs Wochen oder sowas, dort Mitglied. Stein auf Stein zum Ziel. Deshalb, die Gruppe hat der Andreas gegründet. Wenn ihr Andreas noch nicht kennen solltet, Stein auf Stein zum Ziel. Schaut mal bei ihm gern vorbei. Ein toller Mensch mit tollen Sets. Ich lasse euch den Link zum Kanal unten in der Videobeschreibung. Ja und heute Morgen, es ist jetzt ein kleiner interner Wettbewerb, war ich tatsächlich Erster. Lieben Gruß an den Thomas. Und beim Erster geht es ein bisschen darum, dass wir uns an der einen oder anderen Stelle, wenn Videos hochgeladen werden, necken. Zumindest die einen oder anderen Zuschauer, egal ob die beim Andreas zuschauen oder eben bei Wiki, Wikis Klemmbausteinwelten. Ich kann euch den Kanal, wenn ihr den noch nicht kennt, auch empfehlen. Den Link dazu lasse ich auch unten in der Videobeschreibung. Und wir necken uns immer ein bisschen damit, wer denn als Erster einen Kommentar schreibt. Ich habe es heute Morgen geschafft. Ich war Erster. Ich konnte mir aber das Video nicht angucken. Entschuldige, Wiki, ich werde das später machen. Und du weißt natürlich auch warum. Der Wiki hat heute den Bigfoot von Mega hochgeladen. Und das Problem ist, den habe ich auch noch bei mir im Karton schon seit Monaten. Und ich mache das ja so, dass ich mir in der Regel keine Videos von Sets anschaue, die ich dann selber bauen möchte. Jetzt hatte ich mal kurz zu dem Set schon was gesehen, aber sofort abgebrochen, weil mich das dann interessiert hat. Und ich möchte mich ja von anderen Videos nicht beeinflussen lassen. Ich werde den irgendwann noch bauen. Ich wusste, dass Wiki das Set präsentieren wird, weil Wiki und ich hatten uns ja letzte Woche bei Stein gemachtes hier in Paderborn getroffen. Und da hat er eben ja den Bigfoot gekauft. Und deswegen überrascht mich zumindest mal vom Thema her das Video heute Morgen nicht. Ich habe mich jetzt auch nicht beeilt, um schnell mein zusammenzubauen, um Erster zu sein. Wenn ihr bei mir ja schon öfters eingeschaltet habt, wisst das ja, ich muss nicht immer am schnellsten mit irgendeinem Set sein. Die Sets sind für mich. Und dann ist das völlig in Ordnung, dass die einen oder anderen Sets bei mir auch mal länger rumliegen und die einen oder anderen YouTuber damit schneller sind. Weil es geht ja hier um meine Regale. Und ich hatte eben unheimlich Lust auf dieses Set. Und ich habe es noch fertig gebaut und kann euch das jetzt präsentieren. Nicht, weil ich hudeln wollte oder ähnliches. Ich hätte ja auch darauf verzichten können, ein Video für Sonntag dann hochzuladen oder jetzt am Sonntag hochzuladen. Ich hatte aber einfach Bock und wollte mir das Ding dann auch fertig endlich bei mir im Wohnzimmer anschauen und regelmäßig draufklotzen. So ist das nämlich bei mir. Ich gucke mir das Zeug gerne an. Ihr könnt das sehen. Ich habe für Star Wars ja was übrig. Das wisst ihr möglicherweise auch, wenn ihr schon öfters bei mir eingeschaltet habt. Ja, und wir wechseln jetzt gleich die Kameraperspektive. Und ihr seid ja hier in meinem Klemmbaustein Esszimmer. Wenn ihr jetzt zum ersten Mal einschaltet, ich rödel und schiebe immer hier alles hin und her, um das dann hier entsprechend aufnehmen zu können. Und das ist mein Ding. Und ich finde einfach Kanäle, kann sein, weil ich so mache, auch ganz charmant, die einfach die Kamera anschmeißen und was aufnehmen. Und da möchte ich euch noch einen Kanal empfehlen. Habe ich vor kurzem erst entdeckt. Snooze Snooze Toybox. Den Link zum Kanal lasse ich euch auch in der Videobeschreibung. Da sitzt jemand am Tisch und präsentiert seine Sets. Und das gefällt mir. Und inhaltlich weiß der YouTuber an einigen Stellen noch sehr viel besser Bescheid wie ich, weil der hat die ganzen Begriffe auf der Pfanne. Slopes und Brackets, Brackets, Jumperplates. Ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Ich kann mir das auch nicht merken. Mir geht es ums Bauen und Klemmen. Aber der weiß Bescheid. Schaut da mal rein. Mir hat es gefallen. Ich habe den Kanal abonniert. Habe ich noch was Wichtiges vergessen? Ich hoffe mal nicht. Ja, dann gucken wir uns jetzt ein bisschen was zum Bauern. Ich hatte am Ende bei dem Set eine Schwierigkeit. Trotzdem bin ich damit zufrieden. Schaut euch die Aufbauvideos an. Guckt nochmal beim Bauergebnis rein. Ja, und dann sehen wir uns gleich zu meinem ganz persönlichen Fazit wieder. Also, bis gleich. So, mein Supersternzerstörer. Ich hoffe, ich habe ein vernünftiges Bauergebnis da liegen. Super 18K. Ein paar 2000 Teile. Das ist die Vorderseite. 2116 Teile. Ja, dann machen wir mal auf. Bin ich mal gespannt. Super 18K. Da war ich eigentlich ganz zufrieden in der Vergangenheit mit. Der Karton ist pickepacke voll. Bauabschnittstücken. Anleitungen. Hier vorne irgendwo. Wie viele wir haben? Sieben Bauabschnitte. Ja. Sehr gut. Dann haue ich es mal auf den Teller. Dann lege ich los. Ich bin gespannt. Bauabschnitt 1. Es gibt zwei Typen sortiert. Das ist schon mal ganz gut. Ist so ein bisschen matt. Nicht verkratzt, aber so ein bisschen matt. Wahrscheinlich auch. Ja, so leicht. Ganz leicht. Die sieht wieder gut aus. Meine ich. Ganz zusammendrücken. Ja, Bumblebee und Optimus habe ich von Super 18K. Und auch die Apokalypse Bank. Und das Kino. Ich denke, das kennt ihr. Ja, das hält gut. Das ist okay. Vielleicht mal hier nochmal zwei Bricks aufeinander. Ja, okay. Dann können wir nochmal ein Pin reinstecken. Geht gut rein. Und gut wieder raus. Ich baue einfach und melde mich natürlich zwischendurch. Habe ich Bock drauf. Jetzt bin ich im Bauabschnitt 3. Ich glaube, ich habe euch gar nicht die Anleitung gezeigt. So kurz. Also vorige Bauschritte sind ausgegraut. Lässt sich alles gut erkennen. Ich bin zufrieden. Jetzt fehlt mir hier Licht. So, dann packen wir das doch mal hier hin. Also man baut die Oberflächenstruktur. Ihr könnt das ja hier hinten schon sehen. Ein kleiner Fuß. Ein Stand. Dazu. Das ist stabil. Ein bisschen Technik Bricks. Die schwarzen Fliesen sind matt. Da sind noch meine so leicht matt. Meine Finger tappsen noch drauf. Ich finde es noch okay. Und dann baut man hier die Elemente und noppt das dann so vielleicht noppt das dann entsprechend an. Ich weiß noch nicht genau, wo das hingehört. Das geht gut ineinander. Das hält gut. Das ist stabil. Die Plates. Da muss man tatsächlich ein bisschen Druck aufbauen. Also achtet darauf, dass die akkurat und gerade sitzen. Und das klappt wirklich gut. Ich nehme mal an, dass das vielleicht fehlen noch ein paar Elemente, die vielleicht hier irgendwie so hinkommt. Mal schauen. Lassen wir uns überraschen. Aber also mir gefällt es. Es geht gut. Jetzt wird es spannend. Bauabschnitt 4 ist abgeschlossen. Ich habe im Endeffekt hier die Oberseite gebaut. Hier fällt es schon wieder ab. Das ist echt blöd. Das hält nur hier an diesen beiden Gelenken. Ist hier oben festgemacht. Also laut Anleitung soll ich das gute Stück hier auf dem Rücken legen. Und dann wird verkehrt herum praktisch hier befestigt. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das halten soll. Und da hinten dran. Ich probiere das jetzt mal. Das hier geht mir immer wieder ab, weil sich das verdreht. Ich werde das erstmal ansetzen und gucken, ob ich das dann nachträglich nicht gut dran kriege. Ich zeige es euch gleich noch mal, ob es geklappt hat. So, es hat geklappt. Das ging überraschend gut. Das hätte ich gar nicht gedacht. Jetzt sind wir hier oben ein paar Teile abgegangen, weil es auf dem Rücken lag. Weil ich es so ein bisschen hin und her geschoben habe. Aber es war ja dann kein Problem. Ich habe es auch mal erstmal wieder drangenobbt. Wenn ich die andere Seite anbringe, dann wird es mir wahrscheinlich auch wieder abfallen. Ich will mal gucken. Ich hoffe, das geht so. Könnt ihr das sehen? Die Unterseite. Ja, so vielleicht. Das hat geklappt. Ich weiß nicht, ob hier auch noch was hinkommt. Oder ob das so bleibt. Ich bin gespannt. Aber das ging gut. Ich bin angenehm überrascht, was das angeht. Prima. Ja, immer noch mal so. Sieht doch ganz gut aus. Ich baue jetzt das Gegenstück und möchte euch mal was zeigen. Hier eine Anleitung. Ich hoffe, ihr könnt es so erkennen. Dann habe ich das Element jetzt gebaut. Dann soll man, das zeige ich euch gleich, das finden wir hier drunter. Dann soll man das aufnuppen. Das könnt ihr vielleicht sehen. Und dann fängt man an und baut hier die Plates auf. Hier, hier. Und das wächst immer weiter runter. In der Spitze dann bis hier hin, dass es so aussieht. Und die Idee ist, hier haben wir die Stücke. Und die Idee ist, das ist hier aufgenoppt. Und liegt dann so. Und dann baut man immer. Das macht aber keinen Sinn, weil euch das immer wieder abgeht. Habe ich auf der anderen Seite. Wenn man einen Moment hinguckt, erkennt man das sofort und fängt erst gar nicht damit an. Also erst die Seite bauen. Und dann kann man das hier, wo war es, hier so ordentlich aufklemmen. Das wäre meine Empfehlung. So habe ich es auf der anderen Seite drüben auch gemacht. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Aber ihr werdet es mit Sicherheit von alleine merken, wenn er dann zwei, drei, vier Seiten nach vorne blättert. Das geht hier los bei, wovon ich rede, bei Seite 84. So, jetzt wird es spannend. Das mache ich mit euch gemeinsam. Also, wir müssen hier mit, da ran. Und dann entsprechend hier mit, da ran, da mit, da ran. Und hier hinten, könnt ihr sehen, da müssen wir ganz, ja, könnt ihr nicht. Ist nicht ganz im Bild. Ich verschiebe es jetzt auch nicht. Dann geht mir sonst ein bisschen auf der Oberfläche vom Destroyer was kaputt. Und das versuchen wir jetzt mal zusammen. Ja, nee, da muss ich hinten. So, am besten vorne anfangen. Jetzt hoffe ich, das klappt. Hier kann man gut gegendrücken. Das geht ganz gut, da hat ich erst Sorge. Und dann hier hinten. Zack. So, und dann haben wir den noch. Und da ist es das Beste. Da müssen wir jetzt mit dem hier rein. Habe ich auf der anderen Seite auch so gemacht, dass man das, ich versuche komplett dran zu drücken, weil das klappt eh nicht. Jetzt muss ich gucken, von oben, das kann ich jetzt nicht mit euch machen, ordentlich, dass ich die Noppen erwische. Aber sollte gelingen. Ich probiere mal. Wartet. So, gleich beim ersten Mal erwischt. Und jetzt hoffe ich, wo man es genauso gut drehen kann wie vorher. Also wird langsam schwer. Es geht gut mit dem Fuß. Und jetzt hatte ich hier, das ist mir vorhin auch schon einmal passiert, ein bisschen was zerstört. Das bringe ich jetzt mal. Wo ist es denn jetzt hin? Ach, da. Am besten, wir machen das so. Werde noch dabei. Ich hoffe, es ist jetzt nicht so langweilig. Dann gehört der hier hin. Das weiß ich noch, wie gesagt, weil es mir bei der anderen Seite auch abgefallen war. Kurz. So. Ja, das ging echt gut. Hätte ich so nicht gedacht. Hier ist eine relativ große Lücke. Mal gucken, ob das so bleibt oder ob hier noch was drankommt. Hier vorn. Bin mal gespannt. Aber so gefällt es mir gut. Man kann es ordentlich hochnehmen. Ihr seht das. Und jetzt wird noch unten verbaut. Ich war ja vorhin noch ein bisschen unschlüssig, aber es gibt ja noch Bauabschnitt 6. Und dann wird das nochmal zugebaut. Schick. Er liegt da wieder auf dem Rücken. Beim Umdrehen aufpassen. Es ist so schwer, dass die Vernoppung sich hier lösen kann. Habe ich wieder alles zusammengekriegt. Kein Problem. Ist jetzt nicht komplett auseinandergebrochen. Aber ein bisschen vorsichtig sein. Die Antriebe angebaut. Und jetzt die Unterseite. Und dann müssen wir hier wieder ran. Und dann müssen wir da ran. Das mache ich jetzt. Mal ohne euch. Weil da muss ich jetzt aufstehen und ein bisschen hingucken, dass ich die Notmauer erwische. Fertig. So. Noch ein bisschen Licht. Erstmal. So sieht einer der kleineren Sternenzerstörer aus. Seht das ja. Hier sitzt einer. Drüben einer. Und zwei sollten hingestellt werden. Ich habe jetzt einfach einen noch hier oben mit den Trends Clear Round Bricks draufgesetzt. Gefällt mir an der Stelle gut. Den vierten lasse ich weg. Man muss es ja auch nicht übertreiben. Dann, bevor wir noch mal ein bisschen aufs Detail gucken, habe ich eine Lösung gefunden. Ich hoffe, ihr könnt das so erkennen. Eins, zwei, drei, vier von den Kellen. Und dann jeweils zwei, ich nenne das mal von den Roboterarmen. Und das hält jetzt gut zusammen. Müsst ihr euch überlegen, wenn ihr euch das Set zulegt und bei euch ähnlich aussehen sollte, wie eben bei mir. Ob ihr kleben wollt. Das wollte ich eher vermeiden. Und ja, das ist für mich hier eine akzeptable Lösung. Und ja, nicht ganz der Filmvorlage entsprechen. Trotzdem ist das für mich. Okay, dann können wir vielleicht mal kurz noch unten drunter schauen. So schaut es von unten aus. Alles zugebaut. Das ist echt schön. Das ist gelungen. Hier ist nichts verkratzt, sondern da sind nur Flusen. Ja, und dann meine ich ein echt schönes Set. Da bin ich schon ein bisschen beim Fazit. Aber, na klar, so große Kaventsmänner, da sieht es schon immer auch dann beeindruckend aus. Aber ich meine, hier hat man echt gute Arbeit geleistet. Und desto kleiner, da macht es das ja nicht einfacher. Vielleicht eher ein bisschen schwieriger. Und da ist es doch echt gut um und in Szene gesetzt. Vielleicht kann ich euch nochmal kurz hier hinten das Heck ein wenig zeigen. Ja, so. Das ist echt stimmig. Und der Vorteil ist, ich räume ja immer mal ein bisschen bei mir um. Also so im Wohnzimmer stelle ich das ein oder andere Set weg, hole ein anderes raus aus den anderen beiden Klemmbausteinzimmern. Und von daher ist es echt schön. Und dann kann ich das gute Stück doch fein bewegen. Jetzt ist natürlich die weiße Wand da hinten eher nicht so gut. Machen wir mal vielleicht so ein bisschen. Ja, da könnt ihr das nochmal ein wenig besser erkennen. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt soweit alles gesehen. Dann, also echt schön hier, das gefällt mir, diese Kleinteiligkeit, Oberfläche. Und es lässt sich gut und simpel bauen. Also ist nicht so, dass man da irgendwie, sondern es sind immer Elemente, es wird dann angesetzt. Das geht problemlos. Also, ja, bin ja ein bisschen beim Fazit. Dann machen wir mal das Fazit. Habe ich gezeigt? Ich weiß es nicht mehr. Was übrig war? Mache ich nochmal. Ich weiß gerade nicht mehr. Hilfe. Und so. Mein persönliches Fazit zum, wie war das? Star Wars Chip von Super 18K. Klar, logisch, hier geht es um den Supersternzerstörer aus den Star Wars Episoden. Erstmal ein paar Formation zum Set. Bestellung gekauft habe ich bei Modbricks. Bezahlt 87 oder 78 Euro. Ich bin jetzt gerade ein bisschen unsicher. Ich habe bei Modbricks nochmal reingeschaut. Das Set steht da nicht mehr, wenn ich mich nicht verguckt habe. Zur Verfügung. Sucht einfach mal im Netz. Aber dann habt ihr zumindest mal, was den Preis angeht, eine gewisse Orientierung. Geliefert wurden 2.116 Teile. Plus einiger Teile, die übrig geblieben sind. Die Set-Nummer ist die K109. Sind? Ist? Da habe ich immer irgendwie einen Verwechsel in den Buchstaben. Ihr bekommt eine Bauanleitung in Papierform. Die ist, was das Lesen und Erkennen der Teile angeht, grundsätzlich für mich zumindest mal gut nachvollziehbar gewesen. Ich denke für euch auch. Das Einzige, wenn man sich die Bauschritte anschaut. Ich habe ja kurz beim Aufbau-Video die Anleitung euch gezeigt. Da schwebt ja das Teil, das zu verbauen ist, häufig über der Stelle, wo es verbaut werden soll und dann mit einem Pfeil. Dann habe ich mich an der einen oder anderen Stelle eben manchmal vertan. Relativ schnell gemerkt, dass das nicht richtig sein kann. Kann aber auch nur mir geschuldet sein. Aber ist erstmal wirklich kein großes Problem hier mit dem Bauanleitung voranzukommen. Kommen wir zuallererst mal zum Design. Und das ist wie immer meine ganz persönliche Sicht der Dinge drauf. Echt klasse. Mir gefällt das gut. Zuallererst mal von der Größe. Ja, jetzt gibt es die Riesendinger und Kaventsmänner und Oschis. Aber dafür habe ich inzwischen einfach keinen Platz mehr. Zumal es ja bei mir so ist, ich habe das am Anfang schon gesagt, dass ich mein Zeug auch gern mal in der Wohnung hin und her stelle. Beziehungsweise tausche. Und da wäre so ein Riesending, so ein Riesen-Oschi dann doch eher hinderlich gewesen. Von daher ist das für mich zumindest mal die richtige Größe. Nicht zu klein, aber auch nicht zu groß. Und beim Design gefällt es mir echt gut, wie man hier die Oberfläche gestaltet hat. Das ist ja kleinteilig. Ihr wisst, dass ich das Kleinteilige mag. Und hier gibt es viel fürs Auge zu entdecken. Und dass die kleinen Sternzerstörer dabei sind, finde ich, wertet das Set nochmal auf. Das steht auf hier an einem stabilen Fuß. Das ist für mich auch Teil des Designs. Das gefällt mir an der Stelle. Und von daher macht das ein rundes Bild. Gerade das Heck ist gelungen. Jetzt guckt man selten unter das Modell. Also ich zumindest werde den auf so einem Lowboard stehen haben. Da schmeiße ich mich nicht immer auf den Boden und gucke hin. Ich weiß aber, dass es von unten auch schön designt und gestaltet ist. Und es macht mir an der Stelle ein echt gutes Gefühl. Kommen wir mal zur Qualität der Steine. Zuallererst zum Fuß. Ja, die Steine haben einen leichten Grauschleier, sind aber nicht wirklich verkratzt. Das ist hier an der Stelle völlig in Ordnung. Da fällt kein Licht drauf. Wobendrüber droht ja der Supersternzerstörer. Von daher fällt das mit den schwarzen, matten Fliesen, leicht matten Fliesen überhaupt nicht auf. An der Stelle mich stört es nicht. Alles passt gut, alles klemmt gut. Und es ist eine hohe Klemmkraft. Und das ist nicht verkehrt. Denn gerade wenn man hier den Teil baut, ich habe euch das in den Aufbauvideos gezeigt mit den Plates. Und das hier unten drunter auch anbaut. Dann braucht es eine gewisse Klemmkraft, damit es alles nicht anfängt runter zu hängen. Und von daher gefällt es mir echt gut. Die Fliesen sind auch leicht matt, nicht verkratzt, leicht matt. Das tut dem Look an der Stelle überhaupt keinen Abbruch. Kommen wir mal zum Bau. Der hat mir echt Spaß gemacht. Der ist abwechslungsreich. Der ist einfach keine spektakuläre Bautechnik. Man baut mal Plates, dann baut mal die Oberfläche. Man baut das immer hier in kleine Elemente und flanscht das dann an. Also man ist es nicht beschäftigt, das hier irgendwie reinzufummeln. Und am Ende gibt es eben dieses stimmige Bild. Die einzige Schwäche beim Bau, ich habe euch das in dem Aufbauvideo ja eben gezeigt. Das ist hier der vordere Teil. Hier gibt es eine leichte Wölbung. Dann in der Konstruktion des Unterbaus, der Unterplatten, so möchte ich das mal beschreiben. Und dadurch hängt das leicht runter. Jetzt habe ich für mich eine Lösung gefunden, die an der Stelle akzeptabel ist. Auch wenn es dann, was vorne die Front angeht, nicht mehr so ganz dem Original entspricht. Ihr könnt euch am Ende aber auch für, ich sage jetzt mal das schlimme Wort, Kleber entscheiden. Ich habe für mich eben diese Lösung gefunden und an der Stelle ist das für mich einfach akzeptabel. So, habe ich was Wichtiges vergessen. Wenn, dann habe ich es wahrscheinlich in den Aufbauvideos gezeigt oder erzählt. Nee, echte Schwächen hatte ich nicht. Und es ging erstaunlich gut zusammen. Man legt es ja auf den Rücken, wenn ihr euch die Aufbauvideos auch nochmal anschaut. Oder da jetzt reinklickt, wenn ihr gleich aufs Fazit gesprungen seid. Man legt es auf den Rücken und flanscht das an. Ich war immer erst unsicher, klappt das, bricht das auseinander. Aber so eine gute und stabile Klemmkraft hat einfach dafür gesorgt, dass das passt. Ja, der Karton, der hängt schon mal runter, den können wir jetzt alles nicht. Jetzt kann ich mich hier ausschrecken. Ja, dann messen wir mal gemeinsam aus. Ich gucke nochmal, dass es gescheit im Bild steht. Lang, mit der kleinen Verlängerung hier vorne, ich mache ihn mal so ungefähr, ist das gute Stück. Ja, beeindruckende 70 cm hoch. Dann nehme ich jetzt mal den Sternzerstörer hier mit, so wie ich ihn aufgepflanscht habe. Circa 18 cm und breit tief, auch auf dem Flug heraus aus dem Asteroidenfeld, wenn ich mich richtig erinnere. Könnt ihr mich aber auch gern korrigieren. Ich mag Star Wars unheimlich, man sieht es auch, aber ich gucke da, ich habe das nicht alles so im Detail im Kopf. Ich denke, ist trotzdem okay und breit, so wie ich es hier habe, circa 29 cm. So, ein absolut gelungenes Set. So, stellen wir es mal noch ein bisschen so. Mir macht Spaß. Für mich die richtige Kaufentscheidung, ich habe es nicht bereut. Was gibt es nächste Woche? Ich bin noch ein bisschen unsicher. Jetzt hat mich ja die Alien Queen so begeistert, das Video vom Freitag. Wenn ihr noch nicht geschaut habt, guckt da gern mal rein. Und ich habe ja noch zwei Alien Sets liegen oder zwei Sets, die sich mit dem Alien Thema beschäftigen. Ich habe Bock, eins von denen zu bauen und ich überlege gerade, ob das nicht in Konkurrenz steht mit einem Set von Phantasy. Da habe ich auch wieder Lust drauf. Ich weiß noch nicht. Ich kann auch nicht sagen, ob ich vielleicht beide nächste Woche gebaut bekomme. Schauen wir mal. Dann, wenn es euch gefallen hat und ihr nichts verpassen wollt, lasst mir einen Daumen da. Abo, Klingel hier, Rimpim, Bim. Ja, Rimpim, Bim, Bim, Entschuldigung. Und dann sage ich Tschüss, Ciao, bis zum nächsten Mal, sagt euer Brickklempner. Tschüss.